Mir geht es sehr gut. Ich war acht Tage oder neun Tage im Krankenhaus und bin am Montag entlassen worden. Als der letzte Drainageschlauch noch rausgezogen worden war, war nachmittags gleich beim Training hier und habe jetzt die Woche auch das Training geleitet. Lungenvolumen ist wieder voll da. Also ich glaube, die Gesundheit steht über allem. Ich wäre nicht hier, wenn es mir nicht gut gehen würde. Also ich habe ja auch Familie und eine Verantwortung über den Verein hinaus. Und das hat jetzt nichts mit Ehrenkodex zu tun. Mir geht es gut. Also ich schleppe mich jetzt nicht hier mit Schmerzmitteln hierher. Wir wissen, dass man gegen eine europäische Topmannschaft spielen, die noch vor ein paar Wochen im Halbfinale der Champions League gestanden hatte, die super performt in den letzten Spielen. Und das wird eine ganz schwierige Aufgabe. Wir wollen einfach unser Bestes dagegenhalten. Die Tabelle, die kann man wegschmeißen. Es sind drei Spieltage. Jetzt kommt der vierte. Deswegen ist es eine Momentaufnahme, wo wir uns freuen natürlich. Aber was soll ich da groß sagen? Es sind drei Spiele. Beim Marathonlauf habe ich auch noch nie jemanden gesehen, der bei Kilometer vier oder bei Kilometer drei jubelnd da rumläuft. Wir wollen eine gute Leistung bringen und an unsere Leistungsgrenze kommen. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Natürlich wollen wir so viele Punkte wie möglich hier behalten. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020